Hallihallo und herzlich willkommen. Ich habe hier heute einen ganzen Tankrucksack. Und ich glaube, ich habe echt über den Tankrucksack auch noch nie einen Rave gemacht. Aber gehen wir zum dieses kleine Hälferchen. Und zwar die Original GoPro Mini-Kamera. Link auch gerne in der Videobeschreibung. Zwar hat das eigentlich eine traurige Geschichte, dass ich mir die überhaupt gekauft habe. Gekauft habe ich sie nämlich, weil meine GoPro Hero 9 so instabil war, dass ich nie gewusst habe, läuft sie, ist sie wieder abgestürzt, ist sie neu gestartet, ist die Aufnahme überhaupt jemals losgegangen. Hier hast du quasi einfach eine Mini-Vorschau in tatsächlich auch so einer Oldschool-Gameboy-Display-Auflösung. Also es ist echt quasi so ein richtig, richtig Oldschool-Display. Aber es erfüllt halt seinen Zweck und der Akku hält unendlich lange. Und deshalb will ich auch dieses Video für euch machen, weil es ist ein super Gimmick beim Mopedfahren, wenn du damit Videos recordest. Wieso? Erstens mal, du musst vielleicht nicht so klein in den Spiegel schauen, dich irgendwie ablenken. Recorde die GoPro, ist sie da, läuft sie wirklich. Du musst nicht mit dem Finger hier rumfriemeln und ich habe quasi jetzt auch noch das DJI-Mic an den GoPro-Media-Mod dran geklemmt. Das heißt, du kommst mit dem Daumen und dem Handschuh gar nicht an den Rekord-Button ran, also ein zusätzlicher Benefit. Wenn du zweifelst, läuft sie quasi oder hast du es jetzt geschafft, musst du quasi wieder nachschauen. Das fällt quasi, also über den Spiegel des Motors, deshalb bücke ich mich immer so in diese Richtung. Das fällt quasi alles weg, weil, so wie ich, ich habe den Tankrucksack, aber du kannst es überall befestigen, da ist so ein Klettband-Original dabei. Du kannst es auch sonst wahrscheinlich mit Zugruh oder sonst irgendwo draufkleben. Du hast einfach so einen ganz simplen Knopf und vor allem einen großen Rekord-Knopf. Und das ist auch schon alles, was es tut. Es koppelt sich absolut stressfrei. Der Akku hält, glaube ich, locker zwei Wochen, wenn du täglich Motorrad fasst. Wahrscheinlich hält er das Ganze im Monat. Also kein Witz, in Sardinien vier Wochen Moped fahren. Habe ich das Ding einmal geladen und da war es auch so bei 40% circa. Ich habe mir nur gedacht, okay, alles schon geladen heute. Ich stecke das Ding zur Sicherheit an, weil wäre blöd, wenn es leer wäre. Das war es auch schon. Du kannst hier theoretisch auch den Rekord-Modus und alles andere einstellen, aber für mich war quasi nur diese Funktion wichtig. Ich habe einen super leicht erreichbaren Rekord-Knopf vor mir auf dem Tankrucksack. Da klicke ich drauf und das Recording startet. Und vor allem, du siehst quasi auch hier über das Display, wenn die Aufnahme läuft und du siehst quasi auch, welcher Modus ist ausgewählt und welches Schema. Ich habe verschiedene konfiguriert und dann weißt du auch, hey, da ist alles richtig. Und du siehst auch auf die Schnelle, hey, alles hat gestartet. Und dann klickst du hier wieder drauf und es stoppt wieder. Verbindung klappt soweit 100%. Was wirklich cool ist, es klappt sogar, wenn die GoPro komplett ausgeschalten ist. Das heißt, diese Fernbedienung ist in der Lage, die GoPro auch aus dem ausgeschalteten Zustand zu starten und direkt die Aufnahme zu starten. Das heißt, gleich wieder Quick Capture Button, was wirklich mega geil ist. Also du pairst quasi einmal die Fernbedienung mit der GoPro und danach, egal ob sie läuft oder nicht, kannst du einfach über den Button starten. Wenn du den Akku der GoPro wechselst, musst du quasi einmal die GoPro starten und die Fernbedienung findet wieder automatisch die Connection, damit sie sie auch wieder im ausgeschalteten Zustand einfach so starten kann. Das funktioniert einfach wirklich zu 100%. Ich habe die jetzt auch schon eineinhalb Jahre, habe sie mit der GoPro Hero 9 schon verwendet, war super happy. Jetzt mit der 12er, war super happy und bin super happy. Würde das Ding nicht mehr missen wollen, wenn ich ohne Tankrucksack fahre, vermisse ich es. Also ist ein tolles Gerät und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Es gibt Nachgemachte, die deutlich weniger kosten. Ich würde sagen, das Ding hat so 70 gekostet und es gibt welche um 30, die dann irgendwie Wi-Fi benutzen. Aber das benutzt irgendwie Bluetooth Low Energy und deshalb habe ich es auch gekauft, weil ich halt echt keinen Stress haben will, dass du dir halt so ein Widget kaufst, was helfen soll und dann hast du gerade einen Akku und kannst es nicht benutzen. Und wie gesagt, die Akkulaufzeit von dem ist abartig, was grandios ist. Du brauchst dir keine Sorgen machen und du musst es nicht täglich laden. Deshalb auch das Display ist wirklich perfekt. Du kannst es gut ablesen in jedem Zustand, bei Licht, bei Nacht wird es ein bisschen problematisch, weil es keine Hintergrundbeleuchtung hat, aber du hast auch quasi ein LED, das indiziert, es leuchtet rot, es blinkt rot, dass es recordert. Das heißt, du findest den Knopf, es blinkt rot, du weißt, es läuft, du schaltest es wieder aus. Auch problemlos. Aber ja, ich finde das Display ist eine perfekte Wahl, weil deshalb braucht es so wenig Strom. Bluetooth Low Energy ist auch perfekt, weil deshalb braucht es auch so wenig Strom. Super Technologie, super Produkt, super Umsetzung, hat einen USB-C-Anschluss. Wie immer bei diesen Review-Videos aktuell, wenn ihr alles über diese Fernbedienung, was ihr alles kann, wissen wollt, schaut euch bitte ein anderes Review-Video an. Ich will euch einfach nur sagen, es ist ein mega geiles Produkt, es erfüllt seinen Zweck perfekt, es läuft stabil, man kann sich darauf verlassen. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen, Like und Abo da lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss, ride hard, ride safe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.